Ihr habt mich gefangen genommen und verkauft. Ihr habt mich gefoltert und geprügelt. Ich habe eure Sprache gelernt und eure Religion angenommen. Ich habe mich gefügt. Ich habe versucht zu gefallen. Und das alles ist nicht genug. Ihr wollt mich weiterreichen. Was soll ich jetzt tun? Was wollt ihr noch? Ihr Frauen, bereit euch zu duckeln und glücken. Ihr wollt Luxus, dafür lasst ihr euch unterdrücken. Hört auf, so der Hasen zu sein. Das geht für den Mütter interesse. Tut, tut, tut und lasst euch verhandeln wie mich. Und macht's besser. Ihr Männer, selbstgefällig und stolz. Ihr redet ganz gern über Ehre. Was ist das für ihr, mit Brutalität seiner Frauen zu schlachten wie Tiere? Hört aus und reden von oben herab. Für euch ist die Frau nur mit Risse. Stellt euch vor, wie es ist als geschlagene Frau. Stellt euch vor, wie es ist als geschlagene Frau. Und macht's besser. Ihr Tristan, verbucht und vertrocknet eine Antwort auf jegliche Frage. Als Zölibatäre versteht ihr gar nichts von Frauen in so einer Lage. Hört auf mit dem Reden, hört auf mit dem Beten, hört auf mit der Heiligen Messe. Kommt raus aus der Kanzel, da wo ich jetzt bin und macht's besser. Und du Gott, warum ich da? Und wir sind, du sitzt da, ist alles geschehen. Das Böse floriert, das Böse verliert, das Böse verliert, und denn noch soll man es verstehen. Was willst du jetzt hören? Was hast du verdient? Du machst diese ganze Tristan. Da war es bisserlen... Das Böse? Applaus